Musik Zuhören, spüren und die Seele baumeln lassen. Das Licht gedimmt, die Wärme wohlig. Der Wohlfühleffekt hier beim sogenannten Klangschalenaufguss ist einzigartig. Das liegt eigentlich an diesen Tonarten, an den ungewohnten Tonarten, weil so eine Klangschale wird in Handarbeit hergestellt. Das kann also nicht gestimmt werden. Das sind also Tonarten, die wir einfach nicht gewohnt sind. Das Hirn nimmt diese mehrere Tonarten auf und eigentlich schaltet es dann sehr schnell ab. Und man entspannt sich sehr gut. Der Klangschalenaufguss ist einer der beliebtesten Sauna-Events in den M-Bädern der Stadtwerke München. Also am Anfang waren die Saunierer ein wenig skeptisch gegenüber. Ist ja natürlich, dass das nicht jeder kannte. Aber jetzt im Laufe der Zeit sind die Leute sehr begeistert und verspüren eine tiefe Entspannung nach dem Klangschalenaufguss. Die Klangschalen-Zeremonie kommt aus dem fernöstlichen Raum, vornehmlich aus Tibet, Indien und Nepal. Ja, es gibt natürliche Unterschiede. Es gibt mehr als 40 verschiedene Klangschalen. Glas-Klangschalen, Gebet-Klangschalen. Also wir haben die ganz normalen, normal in Anführungszeichen, tibetische Klangschalen für einen Aufguss. Das Thema ist sehr umfassend und natürlich können wir das auch nicht so behandeln. Aber auf jeden Fall wirkt es und wir haben Klangschalen ausgesucht, die aufeinander abgestimmt sind und eben den bestmöglichen Wohlfühleffekt zu erzielen. Und zwischen den einzelnen Klangschalen oder auch anderen Aufgüssen legt man sich gemütlich in die Ruheräume. Mehr Infos und eine Übersicht zu den Klangschalenaufgüssen sowie zu allen anderen Sauna-Events gibt es in diesem Flyer an den Badkassen und unter www.swm.de und untertitelung.